Heho und willkommen zu Blackwood Crossing. Gebt mir und dem Algorithmus eine Chance mit Abos, Likes und Kommentaren und genießt die Show. Und nun viel Spaß. Da ist er ja wieder. Das bin ich. Der wirkt nicht beeindruckt. Das bin ich. Okay, soweit hat er ja recht. Versprechen ist ein Versprechen, aber... Okay, das für ein T-Shirt. Das können wir nicht. Oder büren. Was steht auf dem Rücken? Nichts. Wieder Krimskrams. Nichts besonderes. Auch nichts besonderes. Mal ein anderes Buch. Ja, du merkst schon, dass das nicht so genau... Hey. Ja, bleib ruhig. Okay, komm ich hier rein? Nö. Geh! Leaves? Okay. Run, Finn, run! It has boats in it. Okay. Well, you are good at running off. Offensichtlich. Ich finde die Zeitung ja mal sowas von cool. Da kann ich auch nicht aufmachen. Ist aber auch nichts drin. Da ist er wieder. Na, Finn? Wie machst du das? Okay, es ist ziemlich schwer zu merken, wenn man selber träumt oder was auch immer. Kann man die Fragen doch schon verstehen. Okay, okay. Okay. Das ist wieder der Hase. Wie hast du da? Das ist eine gute Frage. Ah, dich nehme ich mit. Ah, es ist wieder aufhin. Ich muss mich schuld sein. Wenn du was anderes siehst als andere, wird man nicht gleich verrückt. Ich kann mal sagen, das haben sie schon ganz cool gestaltet. Wenn das ein Traum ist, muss ich weniger Käse essen. Äh, Käse ist gut. Nichts gegen Käse. Dann lieber träumen. In einem Zug, in dem Rasen wächst. Nett. Da blinkelt es. Es blinkelt gut. Wie geil ist das? Das ist... Das ist anders. Warte. Finn, nicht da. Da geht's. Finn, wir wissen, dass es sicher ist. Finn, ich muss dich zurückziehen, um die Ladder zurückzunehmen und runterzunehmen. Du kannst nicht kommen ohne den Passwort. Ich mag das nicht, Finn. Ich spiele nicht mehr. Nein, nein. Skala weiß nicht das Passwort. Du denkst, du bist so lecker, nicht wahr? Ich muss ein Passwort finden. Das ist Grandad's Cricketback. Eine wirkliche Antike. Ja, doch. Wow, es sind Jahre, seit ich auf einer dieser. Wir lieben es. Putzig, putzig. Okay, hier war jetzt nichts so weit, wie ich gesehen habe. Gut. Passwort finden. Einfacher gesagt als getan. Ein dicker großer Reifen. Einsammeln. Was ist das? Saint Finn and the Dragon. Sempre ein Favorit. Okay, ich muss Fotos finden. Oder sowas in der Art. Also Bilder. Dads alte Gitarre. Er könnte wirklich spielen. Okay, von mir aus. Da ist ein Baum. Da ist ein Baum. Da hängt was. Auch ein Bild. Eine andere. Das ist das, was du bekommst, wenn du verletzt. Da schlägt die Dame dem Drachen den Kopf ab. Okay, da habe ich irgendwas übersehen. Das sind ja recht kleine Bilder. Bevor ich weiterlaufe und noch dreimal zurücklaufe, laufe ich lieber jetzt dreimal zurück und laufe dann weiter. Ja, eigentlich hat sie es nicht. Sehe ich schon. Was er nicht wild. Mal ein bisschen entspannt. Das ist ganz cool. Der Drowner. Wasserpistole. Ah, okay. Nett. Ja. Ich erinnere mich. Es ist eine genannte Sprache, die wir benutzen. Wenn das echte Wörter sind, dann würde ich gerne wissen, welche Sprache. Paletten. Eine Milchkanne. Noch mehr Paletten. Gute Efeu. Noch mehr Milchkanne. Ich habe immer gefragt, warum hat Granddad diese alten Dinge gehabt. Erinnerung? Okay. Ich habe hier gesehen, dass du hier gesehen hast? Finn, niemand ist nicht auf dem Renn. Komm schon. Okay. Ich habe nicht aufmerksam. Es ist einfach so, dass der Gründer der Gründer. Sie müssen wirklich sehen. Ich habe gesehen, dass der Gründer der Gründer. Sie können wirklich sehen. Ich habe gesehen, dass der Gründer der Gründer der Gründer. Das ist natürlich geil, so ein Wechsel, und da fährt immer noch der Zug. Okay, ich kann glaube ich nur vorwärts raus. Interessant, interessant. Und einfach nur cool. Okay, hübsch, hübsch. Gibt es hier irgendwas? Mal abgesehen von einer Tonne an Blümchen. Da, das Bild. Ace, Prinzess Scarlet to the rescue. That's the whole story. Now, what order do they go in? I'm glad that's where I can see it. Da ist wieder so eine Wasserspritzkanone. Warte mal. Warte mal. Bei irgendwas konnte ich jetzt kreisdrücken. Das war aber offensichtlich keins von denen. Ah, ja. Grandad used to hide here for hours listening to the cricket. Aha, weil Frauchen natürlich den Mist nicht hören wollte. Auf jeden Fall hübsch. Da kann man sich schön zurückziehen. Obwohl ich etwas mehr als diesen kleinen Hocker bevorzugen würde. So, ich habe auf jeden Fall alle Bilder. Damit müsste ich das Passwort haben. Ist das jetzt auch die richtige Reihenfolge? Das sieht man nämlich irgendwie nicht so aus. Was wäre denn theoretisch die richtige Reihenfolge? Da wird der Kopf abgeschlagen. Da ist der Kopf noch dran. Und der kämpft. Ich würde mal sagen, das ist die letzte, dass der Drache besiegt. Und da kommt, wie sie sagte, die Prinzessin an und der Drache dreht sich um. Okay, also würde ich sagen, das unterste, das zweite, das dritte und dann das oberste. Okay, probieren wir. Ähm, Bluback. Ähm, Bluback. Ähm, Bluback. Dann schlägt sie ihnen den Kopf ab. Und dann sind alle glücklich. Ähm, ich habe einfach nur gut kombiniert, Sherlock. So, das kann ich wieder wegstecken. Warte mal. Ja, das geht weit hoch. Dann klettern wir mal da hoch. Also ich muss selber klettern. Ich kann nicht glauben, dass ich das mache. Ja, ist schon schräg. Das Baumhaus. Okay, und zack bin ich in einem Baumhaus. Und jetzt. Scarlett und Finn. Treehouse. Unser Treehouse. Hübsche Aussicht. Oh, mit Balkon. So. Und mächtig groß. Das ist mehr als nur ein Baumhaus. So ein Baumhaus kannst du einziehen. Da sitzt da ja. So. 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 Okay, von mir aus ... ... das glaube ich aber das hat bestimmt spaß gemacht da ist wieder der gute alte cricket schläger klettern jetzt noch ein kleines boot krimskrams lunchbox klebeband von dem kleinen hund das gute alte tamagotchi ein paar kerzen und eine rakete noch eine rakete meine kunsttropfe wusstest du, dass meine Mutter den gleichen preis als sie in der Schule war? wirklich? ja, sie war wirklich talentiert ok oh hier sind drei von vier bilder warum nur drei von vier? ja, als künstler kann man das so sagen es ist fertig wenn der künstler der meinung ist es ist fertig ja so nicht ganz falsch nimm ihn jetzt fergus scratch post nicht fied ihn, er ist hauptsächlich hauptsächlich fergus hauptsächlich fergus oh, wirklich bälliges kätzchen ok, da liegt noch ein bällchen das ist uninteressant er ist am zeichnen ok du findest auch irgendwann dein talent scarlet stuff willst du auf die Schwinge gehen? nicht gerade jetzt ich werde dich pushen lass uns das erst machen ok schon mal gut zu wissen ich guck mal ob ich da hoch kann weil es sieht auch cool aus ok, da fehlt der kletterer sound da hat er nichts zu zu sagen ok noch ein bildchen ne schere auf dem rumliegen lassen für kinder jetzt nicht so das das ding perfekte antwort aber ist wirklich kreativ einfach so ein nudelsieb auf so ein ding zu legen für so einen sternhimmel ist es schon ist schon cool ok, da kann ich nicht weiter also ist ja nicht mehr klettern wir wieder runter so, haben wir das alles untersucht so, klein nochmal find some scissors and the celly tape will you where's the tape I think Roscoe took it ruff Roscoe hat das ok, ok, ok I told you Roscoe has it ruff ja, sehr gut so, Roscoe gib mal hier ja ruff ruff ha good boy where are the scissors try the planetarium ah ja die offen rumliegende schere gut, dass ich mich schon mal rumgeguckt habe ja, fehlt tatsächlich der kletter sound da sind sie sehr gut sehr gut hält sie sogar richtig das ist in Ordnung braves Kind ok, ich hab sie ok, ich hab sie ok, dann sit hier mit mir come on let's start we're doing butterflies oh ok okay you draw I'll do the wire ok schmetalling Finn do you remember the train do you remember the train that we were on before there were some people wearing masks did you like them? that's not what I meant that's not what I meant I could make you one if you like no Finn I want to know why they're here Finn we're all on a journey we don't seem to be getting very far do you know where we're going? why would I know anything? a fat lot of help you are I don't even know who those people are you know Grandma and Grandad and Cam and Mrs. Lindhurst and that boy from your school you mean Mum and Dad how's that? nice cut them out for me I'm all thumbs ok you remember them you remember them Mum and Dad you can remember don't it's important it's important not when I concentrate but I dream about them and it's like they're right there then I wake up and they're gone can you describe them to me? I don't know I don't know Dad was very tall but I suppose everyone was he let me sit on his shoulders when I couldn't see and Mum? here and what about Mum? that's enough but you're lucky you don't remember you wouldn't say that if you knew what's that supposed to mean? I finished no Finn what did you mean? do you want to wind it up? can't you remember them at all? no they loved you very much I hope so here watch this oh clever that's a good one watch me oh how did you do that? I don't know I just wanted it to fly can you do it again? I don't know cool you try it's magic that's amazing that's amazing what's the game here? sorry Finn I've really got to go we'll play later okay? oh no they're all rubbish I can't do them on my own Finn it's not that bad leave it leave it I can fix them see? don't oh they're no good none of them are any good Finn get a hold of yourself get a hold of yourself hey Finn where did you get that? it's all your fault stop it please Finn stop please not no 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 we're not